Sie hat Ja gesagt. Barbara Mayer und ihr Clemens haben sich getraut und das Brautkleid ist einfach zum Niederknie. In einem Traum aus Weiß ist das Model in Venedig vor den Altar geschritten. Das Kleid ist reich mit Pailletten bestückt und erinnert an eine Märchenbraut. Ein langer Schleier und die meterlange Schleppe machen den Brautlook perfekt. Und auch der Brautstrauß zeugt von einer zurückhaltenden Eleganz, die das Model bereits öfter an den Tag gelegt hat. Die ehemalige Germany's Next Topmodel Kandidatin hat sich nach 5 Jahren Beziehung für den Schritt in die Ehe entschieden. Der Unternehmer Clemens Hallmann und die schöne Rothaarige sehen an ihrem besonderen Tag überglücklich aus. Das wird bei diesem Foto eindeutig. Es wird gebusselt und mit Sekt angestoßen, wie es sich für ein richtiges Brautpaar eben gehört. Auch einige Promi-Gäste haben ihren Weg nach Venedig gefunden. So finden sich unter anderem Sonja Kraus, Viktoria Lauterbach oder auch Sylvie Mais unter den Geladenen. Für Barbara und ihren Clemens ist es mit Sicherheit ein wunderbarer Tag gewesen.